Manche Personen stehen wirklich immer unter Strom und können nie so richtig zur Ruhe kommen. Diese drei Sternzeichen haben immer Stress. Krebs Krebse machen sich zu allem unglaublich viele Gedanken und lassen sich daher auch schnell stressen. Schon wenige Termine und Verabredungen sorgen dafür, dass der Krebs unter Dauerstrom steht. Widder Auch Widder sind echte Workaholics. Ihr Terminkalender ist voll, die To-Do-Liste lang und hinzu kommt der Druck, alles schnellstmöglich erledigen zu wollen. Daher stehen auch die Widder ständig unter Strom. Zwilling Wenn ein Sternzeichen allen Grund hat, gestresst zu sein, dann ist es der Zwilling. Sie wollen am liebsten alles auf einmal machen. Menschen in diesem Sternzeichen fällt es unglaublich schwer, zur Ruhe zu kommen. Und dann ist es der Zwilling.